Ich bin ein neues Dezura-Game mit dem neuen Dezura-Game. Ein paar Soundeffekte hier So, jetzt lädt er hier unten rechts Er lädt und lädt Aha, jetzt haben wir ein richtig krankes Auto Jetzt können wir hier verschiedene Autos wählen Miranda, Ariel, Titania, Umriel oder Obermann Acceleration, das ist ... keine Ahnung was das heißt Velocity, Geschwindigkeit, Power, Rhythmor, Control und Defense Ich nehme jetzt einfach mal das ... Titania, ne ... Ich nehme jetzt einfach mal den Oberon Hol den Titania, das ist am schnellsten Transform into a mighty Gundam mit B Create a Defending Press Y Ach ne, jetzt habe ich keinen Controller Shit Also B und Y habe ich hier auch auf der Tastatur Ich habe nicht sowas, ernsthaft ... Ach du Scheiße Move, ja ... Fire ... So, Gun ... Nitro ... Scheiße, ist das viel ... Shield ... Transform ... Ach du Scheiße ... Also ... Das ist ... Gäh, ja ... Du ... Träuel Du ... ... Metallisch ... Das sieht ja schon mal lustig aus. Ich weiß es ja, für dich bleibt es ja nicht. Oder kommt mir das noch so vor. Dann können wir hier lenken vorher. Dazu wird im Fahrt schon mal einer gegen den Feld. Wahrscheinlich kommt die Frau zu. Ich glaube ich bin der Wackleder. Ah, da fängt ich dann ab. Okay, also sie lag ganz schön. Ich wollte es eigentlich so schön. Ich kann alle mit der Rakete mitnehmen. Okay. Jetzt habe ich so ein... Ach, das ist das geil. Jetzt habe ich so ein geiles Auto. Und die Schätze durch die Luft. Ist ja richtig geil. Beziehungsweise nicht. Hallo? Ich bin dann auf die Strecke zurück. Alter. Was ist nicht los? Boah, komm. Okay. Ich habe keine Ahnung warum das zu klagen. Also... Ich habe keine Ahnung warum das zu klagen. Ich habe keine Ahnung warum das zu klagen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich schon in die Schrank korrekt. Ich habe nur noch ein Leben, der wir sprechen. Also lustig ist es auf jeden Fall. Ich kann natürlich sagen. Es sieht nicht so witzig aus. Da, ich glaube, das ist nicht möglich. Ich bin wohl, ich habe sie. Grab you. Ich bin wohl. Ich bin wohl. Ich bin wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020